Sieg gebracht, das blaue Trikot für den besten Youngster von der Zeitnehmung gesponsert, diese Wertung. Und jetzt ist Lukas Braten hier unterwegs. Hat nach 79 Hundertstel da oben schon ein bisschen was verloren. Hat auf diese schwierige vierte Tor aufgepasst, dass da ja nichts passiert. Fährt um seinen dritten Saisonsieg. Ah, da ist er kurz auch reinkommen jetzt ins Blaue. Es hat wieder gewaltig. 1-12 Vorsport. Da hat man richtig gesehen, wie er plötzlich Gas gibt. Ein kollektives Ohr geht hier durch die Menge. Und er fährt mit sehr viel Gefühl und sehr viel Intelligenz da rein in den Steilhang. 81 Hundertstel. Er versucht oben zu bleiben, wie im ersten Durchgang, hat überhaupt keine Probleme. Und Lukas Braten auf dem Weg zum dritten Saisonsieg hier in Adelboden. Auf diesem Markt, der eben schon so viele Probleme bereitet hat. Die Briezen Cody Braus Jr. Die Briezen stora laufen. Vielen Dank.